Schütz mich, Teddy. Alles sehr interessant hier aus. Schütz mich. 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 Ist das eine andere Erinnerung? Vielleicht? Diese Eule könnte möglich sein. Ja, da könntest du recht haben, aber wie kommt man dorthin? Hä? So. Is there a way up this tower? Der nächste Öle. Okay, wir müssen Eulen finden. Und wahrscheinlich darf man hier nicht den Abgrund runtergehen. Denke ich jetzt einfach mal. Der nächste Öle. Wiesel? Hallo? Was? Teddy? Shhh. We should be careful. Okay. Ist gut. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Help's me doch bitte. Noch eine Zeichnung. Oh, ne, oil. Oh, ne, oil. Ah, das ist Gott, ich kultaus. Boah, Mann. Es sind solche Jumpscares. Solche einfachen Dinge machen einen schon fertig. Wieso liegt hier bitte eine Säge? Und noch ein Bild. Okay, über diesen Baum kommen wir wohl nach oben. Oder auch nicht? Müssen wir das überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Nee, das ist echt niemand. Ja? Ja? Wait. Gibt es hier irgendwas? Was ich vergessen würde? Oder übersehen würde? An der Zeichnung. Okay. Mehr aber nicht. Wow. Eine riesige Eule. Na dann. We're trapped. We're trapped. Oh, shit. Noch eine Zeichnung. Das hoff ich auch. Boah. Fast in den Abgrund gestürzt. Also ob ein Kind, ein zweijähriges Kind, das aufmachen könnte. Und jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich bin. Okay. Weiter schaukeln. Ich wette mit dir, hier oben ist doch etwas. Was? Was? Haben wir alle Eulen? Möglicherweise. Noch eine füllt uns. Okay. Noch eine Eule. Wo könnte die sein? Wieso kannst du eigentlich nicht laufen, Baby? Spass. So wieso. Die ist doch bestimmt auf der Rutsche. Die ist doch bestimmt dort oben. Ne, und da waren wir ja auch schon. Kommt man da irgendwie hoch? Schöne ich nicht. Oder hier. Hinten. Ja, den krieg ich niemals weg. Und dort innen ist die Eule. Wie soll das gehen? Teddy, hilf mir doch. Ah, mit dem Reifen irgendwie. Ich muss da hoch. Ich muss da hoch. Irgendwie. Komm. Komm. Komm, Baby. Komm. Baby. Mach schon. Nimm die Kiste mit. Nimm die scheiß Kiste mit. Hä? Okay, ganz ruhig. Alles gut. Komm ich da hoch? Man sieht's doch, dass man da hoch muss. Ach so, wow. Okay, noch ne Zeichnung und ne Eule. Und jetzt zurück. Ganz ruhig. Alles ist gut. Nichts passiert. Oh, diese Atmosphäre ist fies. Wirklich fies. Okay, jetzt sollten wir eigentlich hier hochkommen. Und dann hier hoch. Und dann wahrscheinlich irgendwie in den Turm hinein. Das wird doch schon gut. Bitte. Bitte. Diese Atmosphäre. Ganz mies. Jetzt sind Fahrtüben, ne Spass. Geht wohl nicht. Alles gut. Die Atmosphäre. Die Atmosphäre. Die Atmosphäre. Die Atmosphäre. Die Atmosphäre. Die Atmosphäre. Kann man hier raus? Okay, nicht. Na dann. Der letzte Rutsch. Ah, wir haben es zurückgekommen. Ja, ist doch halb. Glaube ich. Wir müssen einen Weg zur Sicherheit finden. Okay, find a way out of this mess. She must be so worried about you. But don't be afraid. You and me will work this all out together. Okay. Mal schauen. Was jetzt passieren wird. Hey, Teddy-Man. Yes, she sounds clearer now, don't you think? Come on, we have no time to lose. Ja, doch. Es hört sich etwas anders an als vorher. Wo sind wir jetzt hier wieder? Ist das wieder unser Haus? Ich glaube nicht. Oder doch. Könnte möglich sein. Nee, das ist ein Baum. Diese nichts, Alter. Rein gar nichts. Irgendwie unser Haus mit Bäumen. Eine Traumwelt wahrscheinlich. Eine Dimension zwischen beiden Welten.